Der Gewerbeimmobilien-Mietmarkt in Deutschland befindet sich aktuell fast in freien Fall. Der Ausbruch der Corona-Krise hat die Vermietung komplett durchgerüttelt. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf Büroimmobilien, sondern auch auf die Vermietung von Wohnraum. Welche Zusammenhänge es gibt und welche Auswirkungen wir jetzt in Zukunft zu erwarten haben, darauf gehe ich in diesem Video ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grundbuchwissen bei Sven Gries. Mein Name ist Sven und ich freue mich auf euer Abo, wenn auch ihr in Immobilien investieren möchtet. Ich möchte heute mit euch auf den Gewerbeimmobilienmarkt eingehen, ganz speziell auf Büroimmobilien. Da findet momentan ein riesiger Umbruch statt und der hat enorme Auswirkungen. Was ist aktuell passiert? Der Ausbruch der Corona-Krise hat dazu geführt, dass Homeoffice immer mehr zunimmt. Gleichzeitig haben die Mieter von Gewerbeimmobilien auch gewisse Freiheiten bekommen. Beispielsweise können sie, wenn ihr Geschäftsmodell aktuell gefährdet ist oder sie finanzielle Engpässe haben, sogar die Miete komplett stunden oder sogar komplett streichen. Für Vermieter ist das natürlich eine kleine Katastrophe, wenn keine Miete mehr reinkommt. Je nachdem, wie groß das Portfolio ist, kann es auch da zu enormen Ausfällen kommen und sogar zu Insolvenzen. Homeoffice verlagert die Mitarbeiterplätze von Büroimmobilien nach Hause. Das bedeutet, dass viele Büros jetzt leer stehen. Teamsitzungen finden fast gar nicht mehr statt in physischer Form. Die Konferenzräume, diese großen Flächen sind auch weggefallen. Vieles findet jetzt online statt über elektronische Sitzungen. Wenn ihr euch mal umschaut, dann stehen viele Büroflächen leer inzwischen, sind ungenutzt. Oder wenn ihr selbst Arbeitnehmer seid, dann werdet ihr merken, dass auf den Fluren viel, viel weniger los ist. Vermutlich wird es auch so bleiben, dass nach Abklingen der Corona-Krise, ein Ende ist ja eventuell schon absehbar mit dem Impfstoff, dass da die Flächen nicht mehr weiter genutzt werden und das Homeoffice weiter Bestand haben wird. Die aktuelle Situation führt natürlich auch bei den Unternehmen zu Auswirkungen. So stellen sie beispielsweise die Anmietung von neuen Büroflächen, die eventuell mal geplant waren, jetzt zurück und verschieben Entscheidungen in die Zukunft, um abzusehen, was zukünftig passieren wird und vor allen Dingen, welche Vorgaben die Politik jetzt machen wird. Gerade jetzt ist frisch im Gespräch, Arbeitnehmer zu entlasten, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Das soll geschehen durch eine Steuererleichterung. Und da sieht man schon einen zukünftigen Trend. Der Trend weg von der Büronutzung hin zur Nutzung des Homeoffice. Aber stimmt das wirklich so oder sehen wir da nicht noch einen anderen Trend? Aktuell sieht es wohl so aus, dass viele ins Homeoffice gehen, aber da auch gar nicht so glücklich sind. Ich habe heute noch mit Vermietern gesprochen von Büroimmobilien, die verstärkt merken, dass Arbeitnehmer einzelne Arbeitsplätze nachfragen, sogenannte Shared Offices. Diese Shared Offices, auch Coworking Spaces, werden also immer mehr nachgefragt, damit Menschen nicht von zu Hause aus arbeiten müssen. Denn auch da müssen natürlich erstmal die Voraussetzungen gegeben sein. Man braucht einen Arbeitsplatz, schnelles Internet, einen PC gegebenenfalls. Je nachdem braucht man einfach eine komplette Büroausstattung, die von jetzt auf gleich da sein muss. Und da bieten sich diese Shared Offices natürlich an. Die sind zwar schon vorhanden, aber es kann sein, dass Büroflächen, die heute konventionell genutzt werden müssen, dass es also einen Hauptankermieter gibt, später daraus Shared Offices entstehen oder einzelne Büroräume, die man dann anmieten kann als Arbeitnehmer oder auch als Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer, damit die eben nicht von zu Hause aus arbeiten müssen, aber auch den Luxus haben, einen separaten Arbeitsplatz zu haben, getrennt vom Wohnraum. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nachfrage nach Bürofläche momentan sinkt. Und sinkende Nachfrage bedeutet im Umkehrschluss oft sinkende Preise. Das Angebot an Büroflächen ist momentan enorm. Und trotzdem steigen die Kaufpreise immer weiter. Wie passt das bitte zusammen? Nun, dafür sind mehrere Effekte verantwortlich. Zum einen müssen wir natürlich beachten, dass aktuell aufgrund der Corona-Krise die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist. Das bedeutet, dass Unternehmen, die in Schieflage geraten sind und die eigentlich gar kein Geld mehr haben und sich ihr aktuelles Geschäftsmodell gar nicht mehr leisten können, nicht verpflichtet sind, eine Insolvenz oder einen Insolvenzantrag zu stellen. Dadurch ist natürlich nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, wie es um die Unternehmen bestellt ist. Sogenannte Zombie-Unternehmen gibt es jetzt immer noch am Markt und sobald die Insolvenzantragspflicht wieder einsetzen wird, wird es zu einer großen Pleitewelle kommen. Davon gehen zumindest Experten aus. Das führt dann dazu, dass zusätzliche Büroflächen frei werden, die ja, wie wir eben schon gesehen haben, aktuell schon gar nicht mehr benötigt werden. Aber es gibt noch einen zweiten Preistreiber, der die Büroflächenpreise immer weiter in die Höhe schießen lässt. Und das sind die institutionellen Investoren. Also alle die Investoren, die sehr, sehr viel Geld haben und dieses irgendwie investieren müssen am Markt. Klar bieten sich da Aktien an, aber es gibt auch Investoren, die vermehrt auf den Immobilienmarkt stoßen. Die Wohnimmobilien haben enorme Konkurrenz, auch von privaten Vermietern. Ihr gehört wahrscheinlich dazu. Ihr habt auch schon Eigentumswohnungen oder sogar Mehrfamilienhäuser. Und diese kleinen Investments, die lohnen sich für die institutionellen Anbieter nicht. Die gehen dann eher auf sehr große Mehrfamilienhäuser, auf Wohnanlagen oder eben Gewerbeimmobilien. Bei Gewerbeimmobilien gibt es noch eine große Besonderheit. Anders als bei Wohnimmobilien ist da sehr, sehr viel Eigenkapital gefragt. Banken investieren sehr ungerne in Gewerbeimmobilien in der Regel, weil da das Ausfallrisiko bei den Mietern viel höher ist. Und jetzt gerade kann es sogar sein, dass Banken gar keine Gewerbeimmobilien mehr finanzieren. Eben aus dem Grund, dass aktuell die Gesetzeslage so schlecht für Vermieter von Gewerbeimmobilien ist. Was passiert denn jetzt, wenn weitere Gewerbeimmobilien auf dem Markt kommen, Büroflächen leer werden und die Mieter ausbleiben? Nun, man könnte mutmaßen, dass diese Büroflächen dann umgenutzt werden. Dass beispielsweise aus Büroräumen Wohnraum wird. Das ist allerdings sehr teuer und auch langwierig. Bis so ein Umbau stattgefunden hat, können mehrere Jahre vergehen. Eine andere Möglichkeit, wir haben es eben schon angesprochen, ist die Untervermietung von größeren Büroflächen, aufgeteilt in einzelne Büroflächen, in Arbeitsplätze, die dann eben anstatt des Homeoffice genutzt werden können. Wir sehen diese Auswirkungen gerade noch nicht, weil Gewerbemietverträge viel, viel langfristiger sind als normale Wohnraummietverträge. Da spricht man manchmal sogar von 10 bis 15 Jahresverträgen. Und erst dann, wenn diese ausgelaufen sind, kommt wirklich der harte Fall. Wenn jetzt die Insolvenzantragspflicht wieder einsetzt, kann das natürlich dafür sorgen, dass dieser Prozess wesentlich beschleunigt wird. Wahrscheinlich ist auch mit einer vermehrten Kündigung dieser Mietverträge zu rechnen. Viele enthalten auch eine Ausstiegsklausel. Oder wenn die Unternehmen komplett aufgegeben werden, dann können auch diese Mietverträge gegebenenfalls gekündigt werden. Und auch das führt dann wieder zu einem Angebot oder einem steigenden Angebot an Gewerbeimmobilien und einer sinkenden Nachfrage. Ja, und wie reagiert jetzt der aktuelle Immobilienmarkt auf der Käuferseite? Nun, nach wie vor gibt es immer noch die starke Nachfrage nach Gewerbeimmobilien. Da ja oft das hohe Eigenkapital nötig ist, drängen vermehrt institutionelle Immobilienkäufer auf diesen Markt und nehmen das alles unter ihre Fittiche. Warum machen die das? Nun, sie möchten natürlich die Bargeldreserven vermeiden, also Bargeld auf dem Konto zu haben. Keiner weiß, was zukünftig passiert und ob es nicht zu einer vermehrten und verstärkten Inflation kommen wird. Und dann ist natürlich eine Immobilien wirklich bares Geld wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Flucht vom Bargeld in Gewerbeimmobilien ist aktuell ein ganz, ganz großer Preistreiber auf diesem Markt. Wir müssen einfach mal schauen, was in Zukunft passiert und was uns erwarten wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr erwartet. Was denkt ihr passiert mit Gewerbeimmobilien in Deutschland? Ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Bis gleich, euer Sven.